Hi Leute, ich habe jetzt mal meine Mama geholt, um euch meinen Noxplayer besser zu zeigen. Hier habe ich die ganzen Spiele und Programme drauf, die ich gerne benutze. Und ich habe vor, zwei Spiele zu spielen, einmal Mini-Golf-King und dann mache ich mir ein selbstgemachtes Mandala und schreibe meiner Mutter noch eine Nachricht, was denkst du, was soll ich zuerst machen? Schreib eine Nachricht. Bist du auch drauf, Dicker? Das ist hier meine Tastatur, die ich zum Schreiben benutze. Das sind drei verschiedene, ne? Dann muss ich das hier immer so runter machen. Ja, so ganz nackig nicht, weil das sind ja persönliche Nachrichten. Das muss man ja nicht lesen. Oh! Ich bekomme eine Nachricht. Von wem könnte die sein? Die hatte ich umgetauft, Dicker. Heißt nicht mehr Motzi. Okay, und jetzt spiele ich erstmal, ne, ich mache erstmal Mandala. Ja, was? Ein Mandala meinst du? Ja. Okay. Hab ich mir gestern drauf gemacht. Hä? Hä? Ich glaube, ich muss hier erst sehen. Wieso geht das nicht? Weiß ich nicht. Vorführeffekt. Hä? Hab ich was falsch gemacht? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Warte. Keine Ahnung. Dann muss ich mal Pause her. Ganz kurz. Okay, Fehler gefunden. Wow, cool. Das ist ja cool. Da kann man nämlich Mandala selber machen, wisst ihr? Das ist ja schön. Cool. Das sieht aus wie ein Tortenuntersetzer. Das sieht aus wie ein Tortenuntersetzer. Tadaa. Cool. Passend zu Ganesha an der Wand. Nochmal ganz kurz Pause. Jawohl. So, das ist richtig toll geworden. Das finde ich voll super, das Programm. Das finde ich richtig toll. Und ich finde auch, dass das gerade für dich richtig gut geeignet ist. Weil dich so Sachen eh immer interessieren. Finde ich richtig cool. Habt ihr Bock auf eine Runde Minigolf zu gucken? Okay. Okay. Ist auch einfacher für dich, oder? Wie auf der Playstation zu zocken oder so. Ja, weil das mit den Handytasten, das ist so blöd. Ja. Oh, Minigolf. Wow. Bist du Minigolf-König? Sogar Multiplayer, also online mit anderen, weißt du? Ah cool. Genial. Und dann kann man dann auch eine Freundesliste machen? Also man kann Freunde einladen. Rashida habe ich auch eingeladen. Okay. Und wenn man jetzt mit so anderen... Ich kann dich ja auch einladen. Das musst du dir nur runterladen und dann können wir zusammen zocken. Ja, ich meine, wenn man ja jetzt online zockt mit anderen, die man jetzt nicht kennt. Ja. Können die einem auch eine Freundesantrag schicken? Keine Ahnung. Ich kenne mich damit noch nicht so aus. Okay. Ich kann mich teilweise auf den Baum anziehen. Ich bin einstirbt. Ich bin einstirbt. Ich bin einstirbt. Und ich bin einstirbt. Einstirbt. Immer dieses, der Taien. Drei, dich nachfohlen. Ich bin einstirbt. Das ist ein krasses Minugweiß. Autsch! Bist du verrückt, Junge? Da kreize ich meine Schulter an. Ja, ist ja krass! Cool! Perfekt! Ich habe gewonnen! Ja, du fällst mir gleich hundertiger von meiner Schulter. Guck! Cool! Und der Winner ist... Felo! Heißt du dann jetzt auch Felo nicht mehr Motzi, sondern... Felo... Frag den Motzi! Frag den Kater! Die hat dich einfach umgetauft, Dicker! Da muss die auch so heißen, gell? Dicke, darf ich dich auch auf YouTube hochladen? Darf ich? Das ist dir doch egal, gell? Was ich mache! Hauptsache! Ja krass! Guck mal, geht schon fast neun Minuten! Ach und Natascha, bei dir wollte ich mich auch noch mal bedanken, falls du das siehst. Danke, dass du heute da warst! Ich hab dich voll lieb! Tschau Leute! Tschüss! Auch von mir! 1 2 2 Edel